Vor langer, langer Zeit sagte meine Hausärztin zu mir, Herr Haunschild, trinken Sie nach Möglichkeit bitte nicht so viel Alkohol. Ja, das mache ich ja auch. Ich trinke ja auch keinen Alkohol. Ich esse ihn. Leckerli, leckerli, feine Brände. Also wie gesagt, meine liebe Frau Doktor, ich trinke keinen Alkohol, ich esse ihn jetzt. Also liebe Leute, immer schön auf den Arzt hören, wenn er sagt, bitte keinen Alkohol trinken, dann esst ihn.